Wie gesagt, die Phase meines Lebens ist vorbei. Mann, als es um C.J.'s Schwester ging, hab ich das auch gesagt. Aber jetzt zieh mich an, ich mach's immer noch! Sie mach's immer noch, Mann! Und sie ist erstes an, sie ist meine Schwester. Was? Wie dem auch sei, ich bin raus. Was willst du mit deinem restlichen Leben anfangen? Keine Ahnung. Vielleicht hat mein Bruder ja recht. Vielleicht sollte ich echt sesshaft werden. Hey, was geht? Boah, ist schon wieder ein nervöser? Oh, George, nein. So ein Scheiß darfst du gar nicht denken. Vergiss den Krach. Hey, hast du auch nur noch die Kackensaus? Alter, man macht vorher den Deckel ab! Halt, du Idiot! Halt die Gäume! Hallo? George, es ist was ganz Wurziges!